Hallo liebe Sportler und Sportstipendieninteressierte, gesundes neues Jahr von allen von uns von Athletes USA. Viel Erfolg in allen Dingen, die ihr anfasst. Bleibt dran, bleibt fleißig, dass alle Wünsche in Erfüllung gehen. Wir hatten ein sehr erfolgreiches Jahr 2017. Wir haben mit so vielen Sportlern wie noch nie gearbeitet. Viele unserer Sportler in den USA haben akademische und sportliche Auszeichnungen bekommen und es gab auch sehr, sehr viele interessante Storys, die es zum Beispiel im ARD, im MDR zu sehen gab. Also einfach mal nachschauen, einfach mal mit uns beschäftigen und dann seht ihr, was wir hier den ganzen Tag überhaupt machen. Und wir hoffen, dass wir 2018 noch mehr Sportlern helfen können, hier in Amerika ein Sportstipendium zu bekommen. Und vielleicht bist du dann ja auch dabei. Also alles Gute! Fertig! 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 Untertitelung des ZDF, 2020